Ja, einen schönen guten Abend, ich bin einmal der DJ Styles P genannt, ich habe damals Battle Breaks, Party Breaks genannt, unter dem Namen halt, und ich mache jetzt und alles unter meinen neuen Namen und halt, dass ich darunter was machen kann, weil der Name ist sehr alt und so, und dass ich unter neuen Namen so angesehen werde, wie ich damals den Namen hatte, so wie mein T-Shirt zeigt. Und, ja, dass ich meine Karriere weitermachen kann als DJ, ne, und das alles ist okay. Schöne Grüße noch, schönen Abend noch. Danke, peace out, Wolle, DJ Wolle.